hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren video von mir ist freundlich der riesig dass ihr heute eingeschaltet habt ich wünsche euch erstmal bevor wir mit den spannenden themen anfangen natürlich einen schönen zweiten advent und hoffe dass ihr das nikolaus fest soweit feiern konnte wie es eben aktuell möglich ist und dass sie die zeit mit eurer familie genießen konnte heute gucken wir uns auch wieder drei sehr spannende themen an zum einen gucken wir uns an wie microstrategy angefangen hat ihre bitcoin bestände weiter zu erhöhen außerdem gucken wir uns die aussagen von willie wu an er darüber spricht dass 200.000 us dollar pro bitcoin im jahr 2021 sehr konservativ sein und zu guter letzt gucken wir uns noch an warum es hier im 2.0 doch deutlich schneller umgesetzt werden könnte als ursprünglich gedacht gucken uns das allererste thema an und hierbei geht es natürlich um microstrategy dieses unternehmen ist ja bereits im laufe des jahres häufiger in erscheinung getreten und gehört damit zu den ersten börsennotierten unternehmen die angefangen haben bargeld bestände in den bitcoin zu investieren das ganze haben sie nun ein drittes mal wiederholt und haben nun tatsächlich bitcoin bestände im wert von knapp 780 millionen us dollar bedeutet also sie halten über 40.000 bitcoins insgesamt und das ist natürlich erst mal eine sehr starke leistung vor allem weil sie ja in der vergangenheit deutlich günstiger einsteigen konnten und damit also schon sehr starke gewinne realisieren konnten in dem fall sieht man ja direkt in den aussagen beziehungsweise in dem was michael salia getwittert hat dass sie also vieles richtig gemacht haben denn er schrieb microstrategy hat gemäß seiner treasury reserve policy ungefähr 2574 bitcoins für 50 millionen us dollar in bar zu einem durchschnittspreis von ungefähr 19.400 und 27 us dollar pro bitcoin gekauft wir halten jetzt ungefähr 40.824 bitcoins in dem atemzug musste microstrategy natürlich auch die sec informieren dass sie nun also mehr bestände halten in dem fall haben sie nun insgesamt für diese 40.000 bitcoins knapp 475 millionen us dollar ausgegeben inklusive gebühren und steuern das bedeutet also dass sie vor allem in der vergangenheit natürlich deutlich günstiger eingestiegen sind und dass sie mit diesen investitionen die sie bereits getätigt haben sehr ordentliche gewinne umgesetzt haben denn aktuell halten sie ja knapp bitcoins im wert von 780 millionen us dollar man sieht also dass sie es hinbekommen haben das ganze kapital schon fast zu verdoppeln und das ist natürlich eine wunderbare geschichte die also zeigt dass tatsächlich auch solch ein unternehmen in diesen größenordnungen ordentliche renditen erwirtschaften kann wenn man sich eben traut sich mit dieser thematik nicht nur auseinanderzusetzen sondern im besten fall natürlich auch entscheidungen zu treffen das eigene portfolio weiter aufzubauen oder zu diversifizieren je nachdem was man dann eigentlich in der vergangenheit schon getan hat und es sieht auf jeden fall so aus als hätte sich das ausgezahlt in dem fall hat michael salier sogar darüber gesprochen dass er aktuell selber knapp 17.700 bitcoins hält jeden einzelnen hat er ungefähr zu einem preis von 9800 us dollar gekauft was natürlich auch wieder bedeutet dass in dem fall die renditen hier schon sehr sehr stark mit in seine tasche reingeflossen sind hat also jeder seiner investments hier quasi verdoppeln können bezug auf den bitcoin hat damit also sehr kluge und sehr nachhaltige entscheidungen getroffen und ich bin sehr gespannt wie es hier in zukunft weitergehen wird denn ich sehe auf jeden fall das potenzial das microstrategy in zukunft noch weitere investitionen tätigt um dann irgendwann auch über eine milliarde an us- dollarn in bitcoins zu halten und da bin ich sehr gespannt wie es hier weitergeht und vor allem wie sich natürlich das portfolio weiter verändert in dem fall sind sie transparent mit ihren entscheidungen und das halte ich für sehr sehr sinnvoll und das freut mich dass es in dem fall hier genau so läuft was haltet ihr von der entscheidung von microstrategy dass sie nun also weitere bitcoins gekauft haben um ihre bestände aufzufüllen schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das zweite thema und hierbei geht es vor allem um die aussagen von willie wu wir haben es häufiger schon thematisiert eine person die häufig in erscheinung tritt um analysen hier herauszugeben und er geht davon aus dass es ein sehr konservatives ziel wäre 200.000 us dollar im jahr 2021 zu erreichen er hat bereits in den vergangenen jahren häufiger prognosen aufgestellt die sehr sehr hoch waren und in der regel sind diese nicht eingetroffen das sollte man also auch immer im hinterkopf behalten dass es eben niemanden gibt der 100 prozent weizgemäße oder garantierte aussagen treffen kann zu entsprechenden prognosen aber es ist dennoch sehr interessant sich diese themen mal anzugucken um ein gefühl dafür zu bekommen was potenziell möglich ist und in dem fall spricht er über zwei hauptgründe warum es in der zukunft noch eine weiter anhaltende rally geben kann und warum der bitcoin in diesem atemzug auch massiv explodieren wird in dem fall haben wir zum einen natürlich dass die bitcoin inhaber ihre gelder beziehungsweise ihre bestände nicht mehr verschieben in irgendeiner art und weise heißt also sie hodeln ihre bestände und auf der zweiten ebene haben wir dann noch das thema dass die börsen immer weniger bitcoins halten denn die meisten haben angefangen ihre bestände abzuziehen um diese in dem fall wieder zu hodeln man sieht auf jeden fall einen trend der sich in diesem jahr weiter verändert hat denn ich glaube dass die meisten hodler auch so ein bisschen respekt davor haben dass ihre bestände vielleicht auf irgendwelchen börsen nicht mehr unbedingt sicher sind wir haben ja bereits in der vergangenheit häufiger themen gehabt dass also börsen gehackt worden sind dass hier bestände abgezogen wurden und so weiter und so fort und das verursacht natürlich eine entsprechende unsicherheit und am ende hat man natürlich die beste kontrolle über seine bestände wenn man den private key eben auch hält und das hat man eben bei den börsen nicht deswegen wird es sicherlich auch hier einen grund mit geben dass immer mehr personen ihre beständige abziehen und nur noch das drauf lassen was sie dann wirklich traden wollen oder das was sie vielleicht in der nächsten zeit abstoßen wollen in dem fall ist es also so dass definitiv der verkaufsdruck immer weiter verringert wird wir werden sicherlich in der nächsten zeit noch mal eine korrektur des bitcoin preises sehen davon bin ich überzeugt es kann eigentlich keinen gradlinigen weiteren anstieg geben davon ja das haben wir historisch gesehen dass das in dieser art und weise kaum funktioniert es gab immer mal wieder entsprechende korrekturen die ja auch entsprechend gesund für den markt sind und davon gehe ich auch in dem fall aus ich bin aber dennoch gespannt ob es weiter gehen kann ob tatsächlich die rallye weiter anhalten kann und ob wir in dem atemzug natürlich auch den anstieg auf über 20.000 us dollar sehen werden ich glaube dass diese marke von 19.000 us dollar eine sehr sehr wichtige marke ist und dass es sehr schwer ist die 20.000 dollar zu überschreiten und auch wenn wir es hinbekommen sollten dann glaube ich dass wir in der nächsten zeit noch mal auf 19.000 dollar dippen könnten was natürlich bedeuten würde dass man hier wieder gute einstiegschancen hat es könnte natürlich aber darauf hinauslaufen dass der bitcoin hier deutlich weiter korrigiert und deutlich unter 19.000 dollar fällt egal wie man das dreht und wendet ich glaube dass wir im jahr 2021 einiges zu erwarten haben das sieht willy woo ebenfalls so er sagte nämlich ich war für 2021 noch nie so optimistisch diese phase der erneuten akkumulation fällt mit einer etwa zweimal längeren und tieferen erschöpfung der spottmarktbestände zusammen als im letzten zyklus es wird bitcoin regnen in dem fall geht er also davon aus dass wir im jahr 2020 und im jahr 2021 noch größere gewinne erwarten können und in dem atemzug spricht er natürlich auch darüber dass eben das ziel von 200.000 us dollar pro bitcoin sehr konservativ für das jahr 2021 wäre und das erklärt er wie folgt mein top modell das bis ende 2021 200.000 us dollar pro bitcoin vorschlägt sieht konservativ aus 300.000 us dollar kommen nicht in frage der aktuelle markt zahlte durchschnittlich 7456 us dollar für ihre münzen ihr seid alle genies heißt also es gab sehr viele personen die die möglichkeit genutzt haben sehr früh in den markt einzusteigen und in dem fall geht er eben auch davon aus dass die personen nicht nur weiter ihre coins halten werden sondern dass diese eben ihre bestände dann erst deutlich später abstoßen in dem fall bin ich also sehr gespannt ob er hier auch recht behalten wird es gibt natürlich weitere persönlichkeiten wie auch max kaiser die eben über bestimmte themen sprechen wie zum beispiel wie es in der nächsten zeit so weitergeht und das haben willy woo und max kaiser bereits in der vergangenheit so getan hier geht es natürlich auch um prognosen richtung 135.000 us dollar es gab in der vergangenheit auch prognosen richtung 50.000 us dollar das hat sich in der art und weise bis jetzt nicht bewahrheitet und wir haben natürlich auch einen schwarzen donnerstag erleben müssen der in dieses ganze prinzip oder beziehungsweise in diese ganzen aussagen mit reingefallen ist es gab also diese prognosen die hier getätigt worden sind und anschließend gab es diesen massiven einsturz richtung 4.000 us dollar beziehungsweise sogar noch deutlich darunter und anschließend natürlich wie wir es jetzt mitbekommen haben einen massiven anstieg über die letzten wochen und monate und ich bin sehr gespannt wie es hier weitergehen wird ich glaube dass der markt noch einiges vor hat und gerade das jahr 2021 wird sicherlich sehr interessant und mich würde natürlich auch in dem atemzug interessieren was ihr von dem jahr 2021 so erwartet schreibt es gerne mal unten in die kommentare gucken wir uns das letzte thema an und hierbei geht es um den umstieg auf ethereum 2.0 und das könnte deutlich schneller gehen als man davon vorher sprach und wovon man ausging in dem fall spricht der konsensusgründer josephi lubin über das ganze thema und sagte dazu die leute im ökosystem die bescheid wissen sind sehr optimistisch dass jetzt alles schneller gehen kann weil der wirklich komplizierte teil mit phase 0 erledigt wurde in dem fall spricht er also davon dass es möglich wäre nicht wie ursprünglich angenommen serum 2.0 in abgetrennten phasen stattfinden zu lassen sondern man wäre wohl jetzt in der lage dazu die schritte parallel laufen zu lassen was natürlich bedeuten würde dass man hier ordentlich zeit einsparen könnte und dazu sagt er folgendes es ist sehr wahrscheinlich dass wir große datenmengen in form von charts bekommen werden und dass viele wichtige funktionen von ethereum 1 auf ethereum 2.0 verlagert werden ethereum 2.0 absorbiert ethereum 1 dann quasi in nicht allzu ferner zukunft er spricht also natürlich auch um die second layer geschichten bedeutet also dass man hier die transaktionen pro sekunde signifikant steigern kann und er geht davon aus dass die nächste phase von ethereum 2.0 schon in den nächsten 9 bis 12 Monaten abgeschlossen sein könnte ich bin sehr gespannt ob das passiert wenn es so wäre würde man natürlich einige fortschritte hier erzielen können außerdem hätte man natürlich viel bessere anwendungsbereiche man hätte viel bessere use cases und würde natürlich einige probleme lösen und das ist etwas was wir definitiv benötigen für die zukunft von ethereum 2.0 und ich glaube das wird einen sehr sehr positiven impact auf die gesamte kryptowelt haben was haltet ihr von dem ganzen thema und vor allem glaubt ihr dass ethereum 2.0 in der zukunft weiter anziehen wird schreibt es gerne mal unten in die kommentare gut ansonsten hoffe ich natürlich dass euch dieses kurze und informative video gefallen hat falls es so war würde ich mich riesig über den daumen nach oben freuen und wenn ihr weitere videos zu dem oder anderen themen sehen wollt dann solltet ihr auf jeden fall direkt erstmal ein abo da lassen ansonsten hören und sehen wir uns die tage wieder ciao ciao